Herzlich willkommen zur Kommentierung des Tie-Breaks um die Schachweltmeisterschaft zwischen Magnus Carlsen und Sergej Kajakin. Die 12. Wettkampfpartie hatte Carlsen überraschend mit den weißen Steinen ganz schnell in den Remis gesteuert und damit den Tie-Break mehr oder weniger forciert. Immerhin in der Pressekonferenz am Ende gab er eine überzeugende Erklärung dafür ab. Er hat gemeint, nach der 11. Partie hat er sich endlich wieder gut und in normaler Form gefühlt und sich die Vorteile überlegt, wenn er ans Tie-Break geht. Er wusste schon, dass es so kommen würde, mit höchster Wahrscheinlichkeit. Das heißt, er konnte sich mental und schachlich auf diesen Tie-Break besser einstellen, dass sein Gegner, der sich auf diese 12. Partie intensiv vorbereiten musste. Und außerdem hat er gemeint, in guter Form, sinngemäß, ist er der stärkere Spieler. In einer Partie könnte alles passieren, aber ein Tie-Break auf vier Partien, das ist viel wahrscheinlicher, dass der Bessere sich durchsetzt. Ja, wir werden gleich sehen, inwieweit diese Strategie aufgegangen ist. Das Interesse war riesig, unter anderem in Norwegen natürlich. Angeblich zehn Prozent der Bevölkerung haben vor dem Fernseher gefiebert. Ja, die erste Partie war nochmal so ein bisschen enttäuschend. Allerdings hat man schon die Tendenzen wenig gesehen. Dieses kleine Match auf vier Schnellschachpartien mit 25 Minuten Bedenkzeit plus zehn Sekunden Zugabe. Carlsen hat deutlich schneller und selbstbewusster gespielt. In allen Partien hatte Kajakin Bedenkzeitprobleme, war immer mit der Zeit hinten. Die erste Partie dennoch, also Carlsen hatte zwar mit Schwarz keinerlei Probleme aus der Öffnung raus, wieder eine spanische Partie, aber es endete wieder mal ohne große Aufregungen mit Unentschieden. Ein anderes Bild bot die zweite Partie. Carlsen fing mit Weiß an. Es war diesmal zur Abwechslung eine italienische Eröffnung und zunächst sehr unscheinbar, aber plötzlich hat Carlsen es geschafft, seinem Gegner ein bisschen ungewöhnliche, originelle Probleme zu stellen. Er hat einen Bauern geopfert, aber dafür eine gefährliche Initiative erhalten. Kajakin mit knapper Zeit trifft die durchaus problematische Entscheidung, zwei Figuren zu geben für einen Turm, also ein Opfer zu bringen, aber mit der Absicht eine uneinnehmbare Festung zu errichten. Ja, aber Carlsen zeigt sich absolut das Herr der Lage. Er spielt auch im Schnellschach hervorragend sehr gute Technik und erreicht ein Stück nach dem 60. Zug diese Position her. Ja, schauen wir uns die Stellung kurz an, dieser zweiten Wettkampfpartie. Momentan greift der Schwarze Turm den Läufer an. Vom Materiellen her, Weiß verfügt über zwei Bauern, Schwarz über drei, also Schwarz hat einen Bauern, aber Weiß hat eben diese zwei Läufer gegen den Turm, was ein deutliches Übergewicht darstellt. Allerdings hat sich der Schwarze König hier in der Ecke verschanzt und die Frage ist, wie kann der Weiße diese Festung durchbrechen. Naja, naheliegend ist, es gibt eigentlich nur einen wirklich wunden Punkt bei Schwarz und das ist dieser Bauer hier auf G7. Wenn dieser Bauer fällt, dann bricht sozusagen das Rückgrat der schwarzen Position. Und jetzt, obwohl bis dahin Carlsen, wo es wirklich sehr schwierig war, ausgezeichnet gespielt hatte, plötzlich, wo es eigentlich relativ einfach ist, hat er einen kleinen Aussetzer. Er spielt in dieser Stellung den Läuferzug nach Gustav IV und verpasst das absolut Thematische, denn es geht ja eindeutig um die Erstürmung dieses Punktes hier, König nach Friedrich VII. Das stellt die naheliegende Drohung auf, den Läufer nach F8 zu ziehen und hier gemeinsam mit König und Läufer den Punkt zu erstürmen. Schwarz müsste, um das zu verhindern, mit dem Turm hier zurückschwenken. Der Läufer würde angreifen. Jetzt hätte Schwarz nur eine einzige Möglichkeit, diesen Angriff zu parieren. Er müsste Schacht dem König bieten, aber, und dieses Manöver ist zwar schön, aber jetzt nicht sehr schwierig, der König würde zurückweichen. Jetzt wäre der Turm an die Verteidigung dieses wunden Punktes gebunden und mehr oder weniger egal, was der Schwarze macht, im nächsten Zug kommt dieser absolut tödliche Läuferzug und man sieht eine wunderschöne Koordination von König mit seinen beiden Läufern. Es droht sogar Schachmatt im nächsten Zug und Schwarz würde in sehr wenigen Zügen verlieren. Ja, es ist wirklich ziemlich rätselhaft, warum Carlsen das hier nicht gesehen hat. Einige Züge später gräht der Siegeshahn noch ein zweites Mal, noch einmal, kann er auf ganz ähnliche Art gewinnen. Er geht auch an dieser Möglichkeit vorbei und ein letztes Mal stellt der unglaublich zähe Russe seine Verteidigungskünste unter Beweis und findet eine sehr schöne Remis-Verteidigung, eine sehr schöne Remis-Verteidigungskombination. Die können wir uns noch mal kurz anschauen. Damit sehen wir die allerletzte Phase dieser zweiten Tiebreak-Partie. Ja, immer noch sieht es ja so aus, als wäre Kajak in einer bösen, möglicherweise tödlichen Klemme, aber gleich sehen wir, dass auch in der Verteidigung viel Ästhetik liegen kann. Er findet eine wunderschöne, klassische Rettungskombination, wobei er sehr viel Material opfert, um diesmal eine wirklich völlig uneinnehmbare Festung zu errichten. Er opfert zunächst diesen Bauern hier, auf den ersten Blick verblüffend, was soll das? Aber Sie werden am Schluss sehen, bei all diesen Opfern hat er eine glasklare Vision vor Augen. Er fragt sich also, wie schaut mein Ziel aus und was muss davor passiert sein? Weiß hat nichts Besseres, als diesen Bauern rauszuschlagen. Und jetzt, auf den ersten Blick auch völlig verblüffend, ist er wahnsinnig geworden. Gibt er seinen nächsten Bauern? Ja, dieser Bauer droht natürlich jetzt vermacht zu werden, deswegen klar, Carlsen muss den rausschlagen. Und jetzt nochmal verblüffend, er opfert seinen wertvolleren Turm gegen den Läufer. Aber jetzt hat er einen Bauern und einen Läufer weniger. Auf den ersten Blick total verrückt. Aber er hat sein Ziel erreicht. Das nämlich ist eine klassische Remy-Festung. Und hier kann der Weiße sich drehen und wenden, wie er will. Hier kommt er nicht mehr durch. Und sogar wenn dieser Bauer nicht mehr existieren würde, diese Kombination von Läufer und König, der Läufer hat die sogenannte falsche Ecke. Ein schwarzfelderiger Läufer würde gewinnen. Nennt man das impotente Paar. Diese beiden können trotz dieses doppelten Randbauern nicht gewinnen. Der schwarze König ist nicht aus der Ecke zu vertreiben. Diese Stellung ist eindeutig Remy. Eine große Enttäuschung für Carlsen. Die Frage war, es gab nur zehn Minuten zwischen diesen Schnellschachpartien. Wie wird er das wegstecken? Den Sieg so zum Greifen nahe und im letzten Moment wieder vergeben. Schauen wir uns die nächste Partie an. Ja, in dieser dritten Wettkampfpartie springen wir gleich in die absolut kritische Phase. Vom Verlauf her ist zu sagen, dass diesmal war diesmal eine spanische Partie. Kajakin hatte ja eben die weißen Steine wieder zur Abwechslung. Man hat richtig gemerkt, sowohl von der Körpersprache als auch an der Art des Spiels, das jetzt Carlsen auf der letzten Partie so richtig geladen war. Jetzt wollte er wirklich mit voller Kraft auf Kajakin losgehen. Und obwohl er Schwarz hatte, hat er sehr interessant, risikofreudig und dynamisch gespielt, hat ein originelles Bauernopfer gespielt. Und wir sehen hier weiterhin, hat der Weiße einen Bauern mehr, sechs Bauern gegen fünf Bauern. Allerdings war das ein ideell intuitives Opfer. Als Gegenwert hat Schwarz einen deutlich überlegenen Springer hier im Herzen der weißen Position etabliert. Der Springer ist deutlich dem weißen Läufer hier überlegen, die ja ansonsten ungefähr gleichwertig sind, weil der Läufer von seinen eigenen Bauern in seiner Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt wird. Also wenn jemand gewinnen kann, dann ist es hier nur der Schwarze, trotz des weißen Meerbauern. Er muss versuchen, mit Dame, Springer und Turm Drohungen gegen den weißen König aufzustellen. Allerdings, wenn weiß sich hier korrekt verteidigt, ist es sehr unklar, ob Schwarz wirklich wesentliche Fortschritte machen kann. Aber auch psychologisch ist das sehr unangenehm, für weiß zu spielen. Man sieht überall Drohungen. Manche davon sind imaginär, manche sind Gespenster, manche sind aber wirklich sehr gefährliche Drohungen. Objektiv hätte der Weiße wahrscheinlich seinen Läufer hier nach Dora 3 zurückziehen sollen. Stattdessen arbeitet Kajaki, in dessen Zeit schon ganz stark geschrumpft war, der glaube ich nur noch wenig mehr als eine Minute hatte. Und am Schluss kriegt er dann, wenn die normale Zeit ausgegangen wäre, hat er immer nur noch zehn Sekunden Zeitbonus pro Zug, also schon irrsinnig knapp. Er stellt seine kleine, allerdings recht durchsichtige Falle. Er zieht seine Dame nach E-Mail 1 zurück. Mit der Idee, sollte Carlsen jetzt hier naiv die scheinbar eingestellte Figur schnappen, dann käme Dame Bertha 4 und durch diese Fesselung, der Springer dürfte nicht ziehen, würde er die Figur zurückerobern und hätte alle Probleme gelöst. Dann hätte Schwarz einen schönen Springer für den lahmenweißen Läufer gegeben. Aber natürlich ist das sehr naiv. Stattdessen dringt Carlsen mit seiner Dame tiefer ins Herz der weißen Stellung ein, droht hier in einem Zug schachmatt zu setzen, gestützt auf den Springer mit der Dame. Kajakin wird weiter in die Verteidigung gedrängt. Und auch der schwarze Turm dringt in die weiße Stellung ein. Man sieht jetzt schon die geballte Kraft, die jetzt auf den weißen König wirkt. Springer, Turm, Dame, ein tödliches Team. Die letzte Chance wäre jetzt wohl gewesen, wenn er jetzt mit Turm B1 die schwarze Dame versucht hätte, hier wieder rauszudrängen. Aber jetzt das erste Mal in diesem ganzen Wettkampf verliert der russische Verteidigungsminister, so ja der Spitzname von Kajakin inzwischen, völlig die Kontenanz. Mit seiner Zeit, die am Auslaufen ist, begeht er einen Panikzug oder folgt einer Halluzination. Er schlägt mit seinem Turm diesen Bauern. Wohlgemerkt, selbst der Springer-Einschlag hier würde jetzt gewinnen. Aber Carlsen kann jetzt in Ruhe nochmal nachdenken, hat noch ein paar Minuten und findet hier natürlich mit Leichtigkeit diesen Gewinnzug. Die weiße Dame ist angegriffen. Turmschach macht nichts, denn der schwarze König hat hier einen sicheren Zufluchtsort. Und würde die Dame wegziehen, dann verliert er hier den ganzen Läufer und wird vermutlich auch noch schnell matt gesetzt. Also das war jetzt ein herber Rückschlag. Und das war schon mal das erste Geburtstagsgeschenk von Sergei Kajakin an Magnus Carlsen, der genau an diesem Tiebreak-Tag seinen 26. Geburtstag gefeiert hat. Ja, jetzt war es natürlich insofern extrem spannend, denn das erste Mal musste jetzt Kajakin, der ja bis dahin recht defensiv agiert hatte, mit einem Punkt in Rückstand geraten, in der vierten und letzten Tiebreak-Partie mit den schwarzen Steinen unbedingt gewinnen, um in diesen Wettkampf zurückzukommen. Mit Schwarz gegen Carlsen eine sehr schwere Aufgabe. Schauen wir uns an, wie das verlaufen ist. Ja, und in der vierten Partie natürlich musste Kajakin auch von seinem bisherigen Eröffnungsrepertoire mit Schwarz abweichen. Er hatte immer bis jetzt auf den Doppelschritt des Königsbauern mit dem symmetrischen Doppelschritt seines Königsbauern reagiert. Allerdings, damit gibt es kaum Chancen, wenn Weiß zumindest nichts machen will, die Partie zu gewinnen. Deswegen griff er das erste Mal zu seiner Zweitwaffe, der Sizilianischen Verteidigung. Er wollte seine geliebte Neidorf-Variante spielen, die Waffe der Weltmeister. Lieblingswaffe von Kasparov, von Fischer und allen möglichen. Aber wiederum zeigte sich Carlsen besser vorbereitet. Schon im fünften Zug brachte er einen recht ungewöhnlichen, interessanten Zug, zeigte sich bestens präpariert und erreichte im weiteren Verlauf nach ungefähr 20 Zügen diese Position hier. Und wenn man hier ein bisschen hinschaut, rein optisch, ohne sich in weitere Varianten zu vertiefen, sieht man, dass der Weiße extrem solide steht, dass er einen ganz festen Griff aufs Zentrum hat. Diese beiden Springer schauen auf dieses Feld. Dieser Bauer hier kann niemals weiter vorrücken. Im Gegenteil, der ist hier schwach und wie man es nennt, rückständig. Er kann nicht mehr vorziehen. Schwarz ist in die Verteidigung gedrängt. Carlsen kann jederzeit hier dieses schöne Vorposten-Springerfeld besetzen. Weiß verfügt über deutliche Positionsvorteile. Naja, jetzt würde man sich normalerweise als Schwarze natürlich einmauern und hoffen, dass man es irgendwie überlebt. Hätte Carlsen vielleicht auch geschafft. Aber er war ja in einer sehr unangenehmen Situation, dass er unbedingt gewinnen muss. Muss jetzt also auch unter höchstem Risiko versuchen, irgendwelche Gegenchancen zu schaffen. Das hat er getan, indem er einen Moment nutzte, Verwirrung zu stiften, zunächst einen Bauern und dann auch die Qualität zu opfern, um damit den Weißen König ein wenig zu entblößen. Schauen wir uns damit die nächste Phase an. Ja, damit befinden wir uns in der Phase nach dem 34. weißen Zug. Wir sehen, Weiß hat einen Bauernmeer, den der Schwarze geopfert hat, in dem Versuch eben irgendwie verzweifelt noch Gegenchancen zu bekommen, weil er unbedingt gewinnen muss. Gerade hat Carlsen mit seinem Springer diesen schwarzen Turm attackiert. Der könnte diesen Bauern schlagen, der allerdings, wie wir gleich sehen, vergiftet ist. Das weiß Kajakin auch. Aber er muss ja irgendwie versuchen, jetzt die Stellung unklar zu gestalten, irgendwie ein Ungleichgewicht zu schaffen. Er sitzt sonst einfach nur auf seinem passiven Läufer und mit einem Bauern weniger. Also entschließt er sich eigentlich schon eine ziemliche Verzweiflungstat, diesen vergifteten Bauern zu schlucken. Was passiert ist natürlich die Idee von Carlsen, eine sogenannte Springergabel auf Dame und Turm. Die Dame schlägt diesen Bauern und der Springer nimmt den Turm, gewinnt also die sogenannte Qualität, weil der Turm ja wesentlich wertvoller ist. Die Dame schlägt zurück, aber natürlich war die Hoffnung von Kajakin, dass er sich ein bisschen Aktivität, Bewegungsspielraum verschafft hat und jetzt mit Dame-Turm und wenn der Läufer wieder ins Spiel kommt, einen Angriff auf den etwas unsicher stehenden Weißen König anzetteln könnte. Aber hier hat wieder Carlsen die Sache bestens im Griff. Er konsolidiert sich und sehen Sie, was passiert, als die allerletzte Angriffswelle von Kajakin mit letzter Verzweiflung geführt heranrollt. Damit kommen wir zur absoluten Schlussphase und dem wirklich großartigen Höhepunkt dieses Zweikampfs. Das ist die absolute Schlussphase. Wir sehen immerhin als Kajakin geschafft, an den Weißen König heranzukommen. Auf den ersten Blick sieht das durchaus sehr bedrohlich aus. Er hat hier mit Dame und Turm ein mächtiges Tandem gebildet. Wenn Schwarz ein Zug wäre, könnte er den Weißen König in einen Zug schachmatt setzen. Alle Profi-Kommentatoren oder fast alle zumindest haben jetzt erwartet, dass Carlsen irgendeinen vorsichtigen Sicherungszug machen würde. Stattdessen, nach kurzem Nachdenken – Carlsen hatte noch zwei Minuten Restbedenkzeit auf der Uhr – gibt er Schacht dem Schwarzen König. Der König zieht nach oben. Auf den ersten Blick hat er sich jetzt gefährlich entblößt. Wenn Schwarz noch mal dran wäre, könnte er jetzt plötzlich auch hier von unten dem Weißen König einen tödlichen Streich verpassen. Aber jetzt, wenn Sie ehrgeizig sind, halten Sie das Video einen Moment an und überlegen Sie, ob Sie selbst die Weltmeisterkombination finden. Okay, je nachdem, wie ehrgeizig, wie neugierig Sie sind. Sonst zeige ich, was passiert ist. Denn was Carlsen vorbereitet hatte, war eine absolut geniale Kombination, die mit Sicherheit in alle Lehrbücher eingehen wird und die wahrlich weltmeisterlich ist. Er schafft es, diesem scheinbar sicherstehenden Schwarzen König in zwei Zügen Schachmatt zu bieten. Also noch mal die Chance, das Video anzuhalten. Ja, wie macht er das? Wie kann er diesen König entblößen? Und er findet diesen fantastischen, weltmeisterlichen Streich. Ein Damenopfer in den leeren Raum. Ein Zauberkunststück, die schwebende Jungfrau gewissermaßen. Ja, ein Wahnsinnszug auf den ersten Blick. Schwarz kann auf zwei Arten diese weiße Königin schlagen. Aber egal was er tut, es ist verhängnisvoll. Schlägt nämlich der König, so führt plötzlich dieser Turm den tödlichen Streich. Dieser Bauer vermint dieses Feld, der Turm dieses und der Schwarze König ist Schachmatt. Würde aber der Bauer die Dame schlagen, ist der andere Turm an der Reihe. Und wieder sehen wir eine perfekte Zusammenarbeit dieser beiden letzten starken Figuren, während dieser kleine Bauer dem König das Fluchtfeld nimmt. Ein großartiges Finale, eine wunderschöne, endlich weltmeisterliche Kombination nach doch bis dato ziemlich zähem Verlauf. Man sah endlich verständlich einen strahlenden Carlsen und einen Kajakin, der sehr tapfer die Kontenanz bewahrt hat. Aber doch, man konnte erkennen, was für ein schwerer Rückschlag das für ihn gewesen ist. Ja, und ganz zum Abschluss würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie selber Lust auf Schach bekommen haben. Und wenn Sie es interessiert, was außer dem Spielen, dem Spaß, dem Abenteuer noch im Schach drinsteckt, diesem 1500 Jahre alten Kulturgut, ursprünglich ein Strategietraining für indische Maharajas und Feldherren. Zum einen ist Schach eine ganz wertvolle Fördermaßnahme für Schulkinder. Da gibt es weltweit sehr viele Studien dazu. Deswegen haben wir in München unsere Schach-Stiftung gegründet. Im laufenden Jahr mit ungefähr 800 Kindern in sozialen Brennpunkten, mit jungen Flüchtlingen, Autismusbetroffenen, Körperbehinderten bis hin jetzt auch zu Senioren, die wir versuchen, aus dem Schach heraus in ihrer Entwicklung zu fördern und zu unterstützen. Ja, und zum anderen natürlich ein Projekt, in dem ich seit fast 20 Jahren forsche, ist die Frage, wie können wir die besten Strategien aus dem Schach für unser eigenes Leben, für planend und entscheidend nutzen? Dazu habe ich mit Professor Robert von Weizsäcker das Strategiemodell Königsplan entwickelt, das wir in erster Linie an Führungskräfte in Form von Vorträgen und Seminaren vermitteln. Wenn Sie das interessiert, finden Sie natürlich auch unter Königsplan oder unter Schachstiftung, wo wir übrigens über jede Förderung sehr, sehr dankbar sind, alle Informationen. Ich wünsche Ihnen in der Zukunft viel Spaß mit Schach und hoffe, Sie bleiben diesem wunderbaren Spiel treu. Alles Gute für Sie!